Scheiße Hey, das Ding in Luft? Nö. Hat er es nur kurz mal. Schade, schade, schade. Okay. Ich dachte, das schaffe ich heute noch, bevor ich pennen gehe. Ach, das muss ich wieder zerstören. Hey, das ging ja schnell. Was ist das schon? Scheinbar. So. Oh, ich habe trinken gelernt. Lassen. Temperatur. Und das war es schon mal. Schade. Linguist. 80 Worte gelernt. So, dann habe ich das da jetzt auch. Jetzt fällt mir nur noch, das ist das scheißverfickt, der Vieh. Ups. Hey, ich will da hier die Dings da ändern. Ich will da hier an. Ja. Ausdruck auf. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. So. Technologie aufgeladen. Sieht wirklich aus wie eine Kuh. Die fliegen können. Ach, scheiß Dreck. Steht in mein Schiffchen schon wieder. Ach, das bräuchte ich hier auch noch. Hatte ich scheinbar schon. Ob ich auch schon alles? Ich frage mich gerade echt, wo das letzte Ding sein soll. Unter der Erde. Unter Wasser. Oder wo auch immer. Ich bin jetzt wenigstens da drüber. Endlich. Grün, 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 grün. Alles grün. Da unten ist wieder ein Fragezeichen. Und dann, wenn ich runtergehe, bin wieder nichts da. Bestimmt. Zwei Minuten sieben. Ist ein bisschen weit weg. Jetzt haben wir nichts in der Nähe. Wo ich landen könnte. Okay. Hm, 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 hm. Ich bin nicht wirklich schnell unterwegs. Nochmal. Rennen, Kuh und Leertasche. Geht doch schon besser. Goi-nai-see. Unentdeckt. Geht doch auf einmal keine Punkte unter Wasser mehr. Ach, da vorne. Unter Wasser. Hm. Strahlungsschutz, Luftwärme. Strahlungsschutz, Luftwärme. Ich muss nur schnell auftauchen. Ach, das blinkt, wenn da so eine Gruppe ist. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Kann ich da ja Lungs suchen. Wenn's nix gibt. Mann. Wenn ich wüsste, was ich da jetzt suchen muss für ein Vieh. Hm. Strahlungsschutz, Luftwärme. Keine Ahnung. Was hat denn das da oben? Ist jetzt die Raumstation. Könnte schon sein, oder? Ich denk schon. Das ist schon eine Prodi-Raumstation, oder da? Ich glaube schon, wo ist sie jetzt? Da. Jo. Oh Mann. So. Da wird es bestimmt noch nichts geben. Das sind hunderte pro wieder solche Schwärme. Naja. Was ist das eigentlich hier? Wo man nicht runterbuddeln kann. Okay. Hm. Das ist auch keine Höhle, glaube ich. Oh Mann. Das ist jetzt eine Kacke. Wenn man da ewig lang was sucht. Ei, ei, ei. Was ist denn jetzt los? Hohoho. Voll in die Luft katapultiert worden. Was ist denn das? Oh, so. Hm. Schade, aber auch zu schön gewesen. Ich renne mal davor. Haha, da ist noch was. Ah, das ist noch so eine scheiß Pflanze. Ah, Mann, verdammt. Ah, das ist noch so. Ah, vielleicht sind die in der Höhle da drin. Ich glaube es zwar kaum, aber wer weiß. Ah, das ist noch so. Nö, wohl kaum. Da läuft auch was rum. Vielleicht ist da ja noch was anderes dabei. Ah, das ist noch so. Hmm, 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 hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Blinkt wieder alles Mögliche, aber nicht das, was ich suche. Hm, 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 hm. Strahlungsluss nimmt an. Hm, soll ich da vorüber gehen? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Gibt's nix. Oh, shit. Gibt's? Der Alltagssystemenergie niedrig.